Untertitelung des ZDF, 2020 Oh je, das wird nichts. 54 Cent. 1,20 Euro. Ei, ich habe nicht mehr 2 Euro bekommen. 30 Cent plus 5 für den Jackpot. 1,20 Euro. 1,20 Euro. 4 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. Na komm schon. Horses aus. Schau. Aber jetzt hatte ich bumm, ne? Ja, du hattest dich drum? Ja, du hattest dich drum, ne? Die werden wir uns schenken können. 60 Boah, das ist das Böse, Alter. Hoffentlich jetzt besser auf 50 als voran auf 60. Den hat es mal mit rausstellen dürfen. Okay. Komm, da oder da. Komm, da oder da. Komm, da oder da. Geil. Schade, zwei Skate auf 2 Euro, aber er geht in das Feature. 5 Euro, das gibt es nicht, Alter. Statt Freispiel kriege ich hier 5 Euro rein. Das hätte ich aber auch schenken können. Okay. Okay. Sorry. Also. Oh. Ach, du Arsch, Alter. Turbobuch möglich. Sunset de Sunset. Sunset de Sunset de Sunset de Ich bin dicht drin, ich bin nie, Alter. Leitung auf 20 plus 20 auf 30 plus 30 hat nichts gemacht. Wahnsinn, bei 6 Walzen und 4. Band 3er. Komm. Jawohl. Bei 20 Spielen, einmal 4 ist schon mager. Komm. Komm. Boah, Alter. Na, okay, dann kommen wir zum Schluss, war gut. Zum vierten Mal heute. Boah, Alter, ich hab schon wieder gedacht. Okay, sind wir wieder bei den 10, wahrscheinlich, ob man diesmal mehr macht. Boah, Bronze. 10 sind sicher, ich schätze mal einfach die 20. Boah, macht er echt die 10. Boah, das ist irgendwie heute, dadurch richtig schönes Videomaterial zu sammeln. Sch��서ktell. Ich rufe. Bob. Ich rufe. Ich rufe. Normalerweise würde ich durchdrehen, weil kein Gewinn kommt. Aber das macht mir jetzt nix mehr aus, denn ich hatte ein Vollbildforscher hier, warum bin ich jetzt so drauf? Ach ja, ich werde mir nicht mehr warm. Ja, war aber knälig, ja, mit 10 Euro. Auf 1.15 Euro schaue ich, weil das erste Vollspiel jetzt gleich an der Kiste, wo nichts der Kopf drauf ist. Okay. Und das ist ein Pum, 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 Pum. Der Junge, so kann man nicht fahren. Wir müssen uns nicht führen, was denn sonst? Ich würde gerade noch 70 Euro. Okay. Geht doch. Den Honi so schnapp voll machen. Ich kann es. Nein, das ist ganz sicher nicht. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch.